Was haben wir in der ersten Heimspiel? Ja, ich glaube, wir haben gut gespielt. Leider natürlich verloren. Im Endeffekt zählt das Ergebnis. Es haben viele Torschläge rausgespielt. Aber im Endeffekt haben wir leider keine Punkte zu Hause mitgenommen oder beziehungsweise dargelassen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, ich glaube, erstmal habe ich mich natürlich sehr gefreut, das erste Heimspiel von Anfang an zu spielen. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich glaube, die erste Halbzeit war von mir persönlich ganz gut. Ich hatte viele Aktionen. Und leider hat dann immer die letzten Zentimeter gefehlt zum Torerfolg. Und das versuchen wir dann für die nächsten Spiele mitzunehmen. Und dann sind wir auf einen sehr guten Weg. Ja, ich glaube, spielerisch haben wir halt echt sehr, sehr viele Torchancen daraus gespielt. Wir hatten gute Aktionen. Natürlich eine steigere Runde gegen Essen. Aber ja, punktetechnisch leider ein Downgrade gewesen. Ja, Rückschläge gehören dazu. Also wir müssen da nur aufstehen. Und ich glaube, die Mannschaft ist charakterlich zu stark. Nächstes Spiel zurückzuschlagen. Und da wollen wir es jedem zeigen, der jetzt vielleicht mal ein bisschen Negatives gesagt hat. Und ja, also Fußball ist ja ein Tagesgeschäft. Eine Woche sehen wir mal die Bad Boys. Und nächste Woche kann es wieder ganz anders ausschauen. Und deshalb arbeiten wir dran hin.